Ja, ich komme mit der Ehre heute als Moderator des Komponisten hier beizutragen. Das Stück, das du gerade gesungen hast, hat dort Einzug gehalten in den lachenden Fuß. Das ist jetzt ein Programm, ein Trampunkt dieses Jahres, ein komplettes Programm. Wir werden gleich im Artist-Talk noch darüber sprechen. Ich finde es auch spannend, weil die Pianistin, die Lena, sozusagen da auch einen Kontakt hergestellt hat. Zwischen dir und die Tänzerin nach dem Fuß. Und als nächstes kommt eine Komposition von Lina Reun. Soll ich meinen Schulzettel? Im prasselnden Schein. Im prasselnden Schein, genau. Wir dürfen wieder lauschen. Der letzte musikalische Beitrag des heutigen Abends stammt von Johann Sebastian Bach. Schlafen, mein Liebster, ein Stück aus seinem Weihnachtsoratorium. Und in diesem Sinne wünschen wir euch allen, dass ihr eine ruhige, erholsame Weihnachtszeit verbringen könnt. Im Anschluss an das Stück von Bach. Das habt ihr eingeladen, nochmal ein Gebring zu holen. Und wenn ihr wollt, kommt zu einem kurzen Auskern zum Artist-Talk. Da werden wir uns spannenden Fragen beschäftigen. Und warum wäre Franz Schubert auch Mitglied der Fade-Artist-Internation? Was denkt sich Clara früher dabei, eine Art von Zapfsäumen zu machen? Wie haben sich Lena und Christina kennengelernt? Und wie heißt dieses schöne Instrument? Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Mein Liebster hat dann hineingeprägt, wer singt, sündigt nicht. Das kann ich nicht bestätigen. Zumindest ihre Intention. Ja, genau. Das ist jetzt, ähm, man sieht schon mit, also ich bin nicht so etwas versiert in dem. Ich trage nämlich eigentlich, also für mich sind das so wie, ähm, wirklich wie Miniaturskulturen. Ich trage meistens die Ohrringe nur auf der Bühne. So bin ich ja so huschig, wenn ich bin. Ähm, und, soll ich das sagen? Nein, ich älst nicht. Das ist eine meiner Lieblingsarien, schlafen und schlafen. Das ist eine meiner Lieblingsarien. Okay. Das ist eine meiner Lieblingsarien. 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 Amen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020